Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf unserem Server. Ja, wir sind jetzt 4 Leute, wir haben 12 Slots jetzt und es ist 10 Uhr irgendwas am Abend. Läuft gut. Ich habe hier begonnen ein Haus zu bauen. Hier ist mein Garten. Dann gibt es hier noch ein paar Häuser, zum Beispiel der von Kevin, dem zweiten Owner. Hier auch ein Grundstück und hier ein Haus von Sionara, glaube ich. Hier so ein Bunker. Ja, das war es von dieser Welt. Hier hat sich nicht so viel getan. Unser Holzfällehütte ist noch hier. Ich gehe mal zu Gogo. Ja, der ist hier. Der ist auch hier. Wenn es hier die Tab ist, der ist bei der Burg. Diese Burg haben sie gebaut. Es gibt hier ein paar Sachen hier. Zum Beispiel hier ist so ein Mannschaftsraum. Ja, das ist eine serbische Burg. Da haben wir die serbische Flagge auf dem Boden. Hier zum Beispiel eine Schmiede. Das habe ich ja schon lange. Also machen wir das mal kurz. Das ist das falsche Tödelhül Expand. das ist das, was es geht. ... 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 und jetzt haben sie hier noch etwas gebaut, machen wir das gleiche. RG Define, Aus- und Posten, Serbien, RG Atmen, RG Atmen, Bergnamenspieler. Habe ich hier? Was ist denn falsch? Aha, Atmen, Bergnamenspieler. So, habe ich jetzt das Richtige gemacht? Beides gesichert. Jetzt, aber du musst immer kurz warten. So, jetzt gehen wir zu... Holzfällhütte und bauen da was. Die Axt werfen wieder weg. So. Und bauen hier noch ein paar Sachen. Ah ja. Okay, muss das machen. So. 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 Das machen wir hier noch. Ein paar Holz... Dinge hin. So. 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 Hier oben das gleiche. Und bauen mal hier ein paar von diesen schrecklichen Bäumen ab. So. Ja, den Rest mache ich dann später. Aber ich werde hier nur abbauen, so wie ich herankomme. So. So. Damit es doch nicht so viel gecheatet ist. Und dass ich sehe, dass die Dammkronen weg sind. Äh, noch da sind. Sonst würde ich es nicht sehen. Oder nicht bemerken. Wenn ich dann mal das machen muss. So. So. Gut. Jetzt bauen wir hier. Ja, das ist nicht fähig damit. Dann machen wir das hier. Wir machen einen Schreiner. Einen Schreiner. Wird alles noch eingestellt. So. Und hier auch. So. So. Wir brauchen sehr viel Holz. Merke ich gerade. So. 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 Es war nicht so schnell wie sie es bauen, aber wir haben es bald geschafft. Hätte ich das früher gesehen, hätte ich es nicht so blöd gemacht. Sofort im Haus ein großes Gebäude ist nicht so gut. So schön aufbauen. So schön aufbauen. Okay. Ä acht of dir hier ein wichtiges maps. das war die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017